Wir machen heute nur bis Kapitel 1 Ende, weil so lange möchte ich heute nicht streamen, weil ich muss morgen nämlich um 8 Uhr arbeiten. Wir schauen uns jetzt einfach nur um. Zusage Nach den letzten paar Tagen musste ich die Hasmines-Liter wiederholen, um mich zu erinnern, was ich hier gerade mache. Sehr geehrte Miss Corpheed, wir übersetzen einfach den Text, nicht? Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und die Werke zu sehen, die sie unter der Schirmherrschaft unserer bescheidenen Universität erschaffen werden. Wir freundlich grüßen, Dr. Jasmine Verjährt. Wir können uns anziehen, das machen wir später, auch Zeichnung. Wenn Impostor-Syndrom reart seine Hände, würde ich mich daran erinnern, dass ich einen fucking internationalen Fotografie-Award gewonnen habe. Ich hoffe, dass sie mir besser verhören würden, Sophie zu verstehen. Aber jetzt, was ist der Punkt? Na, wer weiß. Der hohe Punkt der Serie. Vielleicht in jeder Serie. Du kannst mich überraschen, aber du wärst falsch. Es wird nicht mehr Schmerz, als die Knochen schmerzen. Und für Giallo? Das sagt wirklich etwas. Wenn ihr könnt, dass wir gerne in den Chat schauen, ob es die Firma wirklich gibt. Ich lerne gerade. Moses lief uns hier ein paar Wochen vor. Er und Sophie hatten ein paar Diskussionen über Astronomie versus Astrologie. Ich wünschte, dass ich mich daran erinnern könnte, was Sophie gesagt hat. Aber ich... Löwe nach dem Lateinischen Leo repräsentiert Stärke, Wurschtlosigkeit und Loyalität. Jungfrau nach dem Lateinischen Virgo repräsentiert Güte, Fleiß und Perfektionismus, Frage. Nach dem Lateinischen Libra repräsentiert Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit und Harmonie. Trifft nicht auf Arbeit zu. Kann ich bestätigen. Scorpion nach dem Lateinischen Scorpios. Das mit... Repräsentiert Klarheit, Leidenschaft und Mysterium. Ich muss, glaube ich, meine Mikrofon ein bisschen nach vorne schieben. Ich glaube, hier oben haben wir uns jetzt schon umgeguckt. Kann man hier rein? Die Tür steht offen. Ne? Leider nicht. Liebe Gemeinde von Cailin. Als Universitätpräsidentin schreibe ich euch, um euch mitzuteilen, dass angesichts des Todes einer unserer Cailin-Studentinnen alle Kurse und geplanten Events bis auf weiteres abgesagt sind. Dies ist eine schwierige Entscheidung und ich weiß, viele von euch haben sich auf die Aktivitäten zum Semesterende, für die unser Campus berühmt ist, gefreut. Ich hoffe, ihr versteht meine Beweggründe. Eine von uns zu verlieren, die vier von euch persönlich gekannt haben, ist nicht leicht. Und ich möchte euch versichern, dass euch kostenlos Drohberater zur Verfügung stehen, falls ihr deren Dienste benötigen solltet. Vielen Dank für euer Verständnis. In dieser schwierigen Zeit mit freundlichen Grüßen, Jasmine. Ich hoffe, du vergibst mir dem formellen Ton in meiner letzten E-Mail am Fakultät, Angestellte und Studenten. Dies sind einige der schwierigsten Tage meines Lebens und wenn ich ehrlich bin, komme ich mir vor, als treibe ich ziellos umher. Es ist ein Wunder, dass ich nicht zusammenbreche. Ich weiß, du und einige andere standet Safia sehr nahe und ich bete, dass du Verständnis dafür hast, wenn ich in den kommenden Tagen auf deine Unterstützung angewiesen bin. Einen engen Freund verlieren. Einen geliebten Menschen zu verlieren gehört zu den herzerreißendsten Dingen, die wir erleben können. Doch es ist wichtig zu verstehen, dass der Verlust eines engen Freundes oft genauso überwältigend sein kann. Ein echter Freund erscheint einem wie ein Familienmitglied und dessen Abwesenheit und Trauer, die damit einhergeht, verdient Fürsorge und Berücksichtigung. Ich habe die Gedanken darüber nachdenken, aber das hätte uns einen Tag in den Herzen gebraucht und das hätte mir gebraucht, das Haus zu verlassen. Ich kann die Foto mal erneut ansehen. Aufräumen und ich anziehen. Okay, dann ziehen wir uns schon mal an. Komm, ganz klassisch mit dem Rentier. Kann ich auch zoomen? Auch draußen kann man uns auch noch, okay. Jetzt, um die Gäste anzusehen zu nehmen. Das ist nicht, dass ich angezogen habe, aber okay. Nehme ich trotzdem. Nehme ich trotzdem. Visitenkarte der Polizei. The Lakeport Cop, investigating Safis death. Safis murder. She kept Moses and I for questioning. For hours and hours. Mmh. I saw a very suspicious owl. Does that help officer? Bitte kontaktiere uns, falls dir irgendetwas Wichtiges einfallen sollte. Fitzpatrick. Spielt Life is Strange im Pretty Realized Universum? Spaß. Denkige Pfanne. Espresso-Maschino. If only a strong cup of coffee, or five, could speed me through what I'm feeling right now. Erdnussbutter. Mmh. Grief dinner. Ich bin auch so ein Fan von der Erdnussbutter. Einfach lecker. Safi. Aufgabenliste. Sonntag Mittag Essen mit Moses in der Turtle. Montag Foto-Shooting mit Safi. Nibla Bowlingbahn. Mittwoch Lebensmittel einkaufen mit Safi. Lass mich raten, heute ist Mittwoch. Gibt es eigentlich wieder neue Texte? Oh. Naja. Okay. Die Dunkelkammer. No, not the Dark Room. Komm, wir gehen einfach mal runter. Ich muss sagen, dieses Lieder. Befällt mir. Oh. Das behalte ich. Rachel in the Dark Room. Oh. Gibt's nicht viel zu erkunden. Altmutige Kamera ansehen. Shutterbud 420's YouTube-Tutorial made fixing you seem so much easier. Shutterbud 420's YouTube-Tutorial made fixing you seem so much easier. Wirst du YouTube-reich? The original award got damaged in one of my moves, but this article reminds me, that winning wasn't a dream. Fotografe Max Coffey posiert mit ihrer Go-Year Humphreys Auszeichnung für Fotografie. Digital-Kamera ansehen. Every time I give a workshop, some students still feel, it's not real photography, if it's digital. Sonst gibt es hier nichts zu erkunden? Hm. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dort das nächste Sammerobjekt sein würde, aber gut, ist nicht der Fall. Scharfe Soße haben wir noch nicht angesehen. Thank you, Hot Sauce. You're the only pick-me-up I've had the last day and change. Ausstufe Untersuchung? No sign of Amanda yet. I've still got time. We got time. Pupil and Iris. This baby got me an international photography award. And a spread in national geographic. Oh, hier hast du die Wohnung abgebucht. Abgebracht, du? Der blaue Schmetterling schon wieder. Gäste mit Andenken. Ich muss alles ansehen. Anime-DVDs. Oh, da bin ich immer gespannt. Moses liebt das. Ich habe gegründet, ich würde es sehen, aber es sind vier Monate und ich habe kein Herz, zu erzählen, was ich wahrscheinlich nicht will. Das erste Mal. Das sind doch Stapel. Oh Gott, riesige Pflanze. Oh, war die schon riesig? Legend hat es, Samson hier ist älter als Hellerton. Oh, da ist ein Polaroid-Foto. Oh, das nächste Achievement. Das ist nicht eine meiner. Wie wird das hier? Sieht so, dass einer der früheren Artisten in Residenz auch ein Fan von Neb war. Oder ein Neb-Hater, wie Sofie. Ah, kommen jetzt schon die alternativen Zeitlinien? Damit haben wir schon das nächste Sommerobjekt gefunden. Ich bin gespannt, ob es wieder so fünf gibt. Hier können wir noch vieles ansehen. Horror-DVDs. Oh, da bin ich auch gespannt. So, dann ein Arme aufräumen. So, vorbildkameraum und da sind ja die Bowlingball-Maskottchen. Na ja, du warst ja mit Sofie tot, ne? Ich bin mehr als ein paar Tage, seit ich das benutzt habe. Ich bin nicht genau in einem Bildschirm-Framm-Framm-Framm-Framm. Chaotische Couch, ja, so sieht es auch manchmal aus. So, dann fehlt jetzt nur noch die Box. Oh-oh. Hey Max, ich habe angefangen, das hier in Zetloos zu schreiben. Weshalb der irre große Bogen auf der Postkarte. Aber ich schicke es aus Tennessee ab, weil ich so lange gebraucht habe, rauszufinden, was ich eigentlich sagen will. Als wir Teenager waren, dachte ich, die Zeit zurückdrehen zu können ist der coolste Scheiß der Welt. Und das war es vor einer Weile auch. Das Problem ist, je öfter du in der Zeit zurückgehst, desto weniger siehst du nach vorne. Ich wollte nach vorne blicken, weiterziehen, mit dir Max, in eine Zeit, Zukunft, die wir nicht vorhersehen können, mit einem Chaos, das dazugehört. Schlussendlich erkannte ich so sehr es aufschmerzte, dass du das nie konntest. Zumindest nicht mit mir. Ich liebe dich Max, das wird immer wahr sein. Ich hoffe, du findest jemanden mit dir, mit dem du nicht das Gefühl hast, ständig zurückspulen zu müssen und mit dem du ohne Angst nach vorne blicken kannst. Das klingt aber nicht nach unserer Chloe. Und fast alle, die ich jemals kenne, ist weg. Just like that. All because of me. Klimawandel oder Anomalie. Ein unglaublich seltener Westküsten-Tornado, ein meteorologisches Ereignis, das Klimawissenschaftler von in OAA wie NASA verblüffte. Fegte die Stadt Acadia Bay in Oregon von Angesicht der Erde. Mit der anhaltenden Erwärmung unseres Planeten waren Wissenschaftler, dass sogenannte Freak-Wetter-Ereignisse wie diese zunehmend häufiger auftreten werden. Neuer Augen. War jetzt nicht Klimawandel schuld, sondern Air Max. Oh, Tagebüchereinträge auch noch. Ich weiß nicht, welchen Tag wir haben. Ich weiß nur, dass es Nacht ist, weil du neben mir schläfst. Die Gardinen im Motelst lassen echt gar kein Licht durch. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht mal, ob wir nach Norden oder Süden gefahren sind. Ich habe immer im Souvenierenladen ein neues Tagebuch geschnappt. Doch als ich mir den Kalender anguckte, war es, als zerliefen alle Daten. Du hast mir gesagt, ich soll deine Familie retten und jetzt sind sie tot. Bitte hasse mich nicht, bitte hasse mich nicht, bitte hasse mich nicht. Wenn ich mich ans Lenkrad setze und Richtung Ozean fahre, würdest du mich aufhalten? Okay, Michigan im Oktober, verflucht kalt. Mir hat es jemand mal gesagt, dass du dich beim Schwimmen im oberen See unterkühlen kannst, selbst im Sommer. Ich weiß nicht, ob es war, ist aber so blau und tief, wie er ist, glaube ich das gerne. Du willst wissen, wie sich Unterkühlung anfühlt? Und dann hast du deine kalten Zähne gegen meine nackten Beine gepresst. Wie ein Arsch. Das ist Freundin, Missbrauch, ganz klar. Ich wollte nach L.A., aber du hattest kein Interesse. Du meintest, weil du nicht willst, dass wir ein Paar... Schicke Hollywood. Das ist nur Sinn, aber... Aber ich weiß, du hast an Rachel gedacht. Ich wünsche, sie wäre noch am Leben und hier bei uns. Ich wünsche, ich hätte sie kennengelernt. Oh, Rachel wird auch erwähnt. Hm, alles doch noch relevant wird. Oh, wie süß. Sorry. Gielstifter, Alter, wie in der Mittelstufe. Wir können einfach reden. Scheiße, nein. Wir sind so weit gekommen, um uns zu schreiben. Als tauschten wir Zettel in der Schule aus. Okay, wenn es so langweilig ist, riech doch mal mit dem Typen an der Theke, der dich die ganze Zeit anguckt. Lass mal erst auf, nee. Es wird lustig. Er wird ganz sicher glauben, wir bekommen zwei statt einer. Oh mein Gott. Wir würden ihn umhauen. Ich kenne seinen Bart nicht da. Wir zwingen ihn erst, ihn abzurasieren. Und am Morgen danach töten wir ihn natürlich. Was, warum? Weil in mir gehörst mein Stück. Sie hat mich verlassen. 15. Mal. Dieses Buch ist so staubig. Ich habe es nach zwei Tagen Suche gefunden. Was habe ich davon, dass ich mein Zeug eingelagert habe? Der Brief von Kellian hat mich an die Schule erinnert. Was mich an dich erinnert hat. Was mich an dieses Buch erinnert hat. Und das erinnert mich jetzt, dass ich erinnern muss, dass ich was trinken muss. Als ich Jasmine auf meiner Ausstellung in Boston traf, hatte ich keine Ahnung, dass sie die Präsidentin einer angesehenen Kunstuni ist. Sie war bloß eine heiße ältere Dame, die sich Anja unbedingt mit mir anfreunden wollte. Die Bleibe für die Resistenzkünstlerin wurde im Einführungsmaterial als Fütte beschrieben, aber sie ist so groß wie meine letzten drei Wohnungen zusammen. Sie wäre ein toller Ort, Freunde einzuladen, wenn ich welche hätte. Stell dir vor, ich sitze an meinem ersten Tag im Präsidenten-Fayets-Büro und dieses Mädchen angewaschener Jeans und Deutsch und Karbenerjacke kommt rein. Sie sagt Hallo, es wäre mir seit Jahren befreundet, geht zum Schreibtisch und schnappt sich die Schlüsse mit der Ankündigung, ich leih mir das Auto und die auch. Wir haben uns im Porsche ihre Mutter Eiscreme geholt. Oh ja, sie ist Jasmine Fyrets Tochter Safi. Eine Masterstudentin in Kellian. Sie verkündete, dass Rocky Road die besten Eiscreme aller Zeiten ist. Und meinte, die Jeans sei ein Experiment, das nicht wirklich funktioniert. Das ist fast ein Monat her und ich sehe sie hier fast jeden Tag. Sie sind befreundet, würde ich sagen. Ist eine Weile her. Oh Gott. Bist du so langsam, habe ich wirklich das Gefühl, dass meine Theorie stimmt, dass Max ihren Drama noch nicht bearbeitet hat. Habe ich erwähnt, dass ein Teil meiner Pflichten als Residenzkünstlerin in Kellian Seminare sind? Kurse unterrichten mit Studenten, die diese besuchen und lernen in einem Hörsaal mit Präsentation? Ich habe versucht, Jasmine zu sagen, dass ich keine Lehrererfahrung habe. Aber was sollte ich sagen? Sorry, mein einziger Fotografiekurs bestand aus zwei Monaten in meinem letzten Jahr, in dem ich von dem heißen Lehrer besessen war, der sich als psychotischer, perverser und mürdererwies und mich in seinen geheimen Bunkern führte. Ich kann ja nicht mal einen Lehrplan erstellen, ohne an Jefferson zu denken. Ob es entscheiden, Leute, die Seminare zu mögen? Ich habe einige Studenten bemerkt, die viel Potenzial haben. Ist das die Emotion einer Lehrerin? Safi ermutigt mich, immer normale Leute Sachen zu tun und heute hat es geklappt. Denn ich habe ein Date, wie irre. Ich hatte etwas Angst. Ich habe mal gesehen, wie Amanda einen Typen zu Wein gebracht und ihm danach ein Gratisbier serviert hat. Aber es hat geklickt, sehr sogar. Safi hat vorhin nach dir gefragt, aber ich bin bei dieser Unterhaltung ausgewichen mit einem wilden Bären. Safi hat vorhin nach dir gefragt, aber ich bin bei dieser Unterhaltung ausgewichen wie einem wilden Bären. Ich sollte wirklich das lesen, was da steht und keine Wörter hinzudichten. Mir war nicht danach zu erklären, wie ich meine Heimatstadt dem Erdbogen gleich gemacht habe. Ich fürchte, sie wird es wieder ansprechen. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Gut, die Zeichnungen. Gut, wir haben noch mehr eins. Ich bin nicht wirklich bereit, dass Amanda die Traumatik-Memorie-Lane durchdrehen. Es ist das Beste, dass wir das aus der Sicht zu bekommen. Oh, besser clean das auch. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wir haben dich in der Sturm verloren. Chloe hat mich nie wirklich das gleiche anschaut, nachdem sie herausgefunden hat. Ich war in der Pacific-Northwest, aber ich habe es nie in Kanada gemacht, bis Chloe mich nahm. Banff-Nationalpark. Ich habe mich nicht überrascht. Ich habe es besser auch in der Zeit, bevor Amanda hier kommt. Amanda ist an der Tür. Ich hoffe, sie ist nicht schade, dass ich ihre Begriffe nicht verknallt. Wir tun erst mal die Fotos. Hey, Matt. Ich bin hier. Ich bin nicht sicher, ob die Türbeln funktioniert. Vielleicht wird diese Erinnerungen aufbauen, das weniger zu verhören. Oder vielleicht bin ich nur ein Masochist. Das sind Erinnerungen, ne? Haben wir neue Texte? Nein, ich muss immer gucken, ob neue Texte hinzukommen sind, weil sonst wird es irgendwann zu viel. Oh, meinst du ist so komisch? Man muss sich später erinnern. Ich hoffe, dass es jetzt nicht alt ist. Sie ist wirklich weg, Amanda. Sophie war hier zwei Tage vor. Und jetzt... Ich weiß, Max. Ich weiß. Warum würde jemanden... Ich meine, sie war einfach... Tut mir leid, dass ich so im Lack bin. Danke, dass du dich um mich sorgst. Ich erinnere mich, dass du mich aufhörst. Du musst nicht. Oh, ich habe es 100% gewonnen. Niemand hat dich seit zwei Tagen gesehen. Ich werde begrüßend sagen, dass es schön ist, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ein freundliches Gesicht. Mit Essen! Homegrown Salad und Homemade Focaccia. Damn! Okay, dann. Ich hätte mich mit alten Halloween-Kandy und einem Pop-Tart gefallen. Voller Begrüßung. Ich habe nicht genau den größten Appetiten gerade jetzt. Wirklich? Das Essen macht mich immer besser. Ich habe nie einen Mood, der nicht verbessert wurde. Ich habe jetzt nochmal einen Kopfhören. Hast du das noch nie gehört, oder? Das habe ich nicht so gemeint. Was? Es ist eine kommentare Phrase. Du bist der, der es schreckt. Ich pflege innoßen. Oh, also du wirst es einfach überprüfen? Ich spreche nicht mehr ohne meinen Läufer. Du musst essen, Max. Also, Minder, es hat sich was geändert. Unsere Haarfarbe. Du musst, was du brauchst, was du brauchst. Whoa. Ich habe nicht gesehen einen von diesen, seit ich bin zehn Jahre alt. Ich hätte gedacht, Instant Cameras sind eine Professionale Fotografie-Neu-Neu. Ich liebe sie. Ich habe sie. So, ich weiß nicht. Taktile. Looking durch die Viewfinder, holding die Fotos in deine Hand, es fühlt sich mehr... real. Another way to make you feel normal again? Taking a picture of your friend Amanda. Friend? Yeah. We... I know you asked me out. But, honestly... You've got a lot on your plate. Emotionally. You know... You're probably right. You do know I think you're cool as fuck, right? Even if you're not in the headspace for anything romantic. Now, how about that photo? That's what I'm talking about. I can't believe she's making me do this. How should I pose for Caledon's illustrious artist-in-residence? Optionen für Posen. Show me your goofy side. Nice. Das ist doch schön. Das Gesicht einer Person, die wusste, wie sie mich heute mit selbstgebackenem Essen aufmitteln kann. Okay. Okay. Die drei. Das ist doch, dude.